moin moin freunde der sonne und herzlich willkommen zurück zu pokémon let's go eboli der lavandiaturm ist im moment immer noch unser ziel bzw naja unser auftrag ist da durchzukommen und wir sind auch schon direkt noch in einem kampf und diesen kampf werden wir jetzt bestreiten in der hoffnung irgendwann mal hier durchzukommen so jaco heißt die gute dame und von beruf ist die exorzistin und sie hat ebenso wie alle anderen exorzistinnen diese verrückten orangen aufgerissenen augen ja ich habe mittlerweile auch mal an den joycon diese halterung an gemacht mit der schlaufe war ich bisher nicht so der fan von muss ich tatsächlich sagen einfach weil ich zu faul war das jedes mal dran und wieder abzumachen und ich finde halt dass diese knöpfe an der seite die sind so total wackelig die die klappern auch so komisch ob das was wird ja die klappern halt ein bisschen ich will nicht sagen dass es unbedingt billig gemacht ist aber ja wir werden halt so ein bisschen stabilere knöpfe insgesamt an den joycons was ist denn jetzt los für mich insgesamt ein bisschen lieber gewesen verlassen evo die zittert vor angst es traut sich keinen schritt weiter na gut okay also wir kämpfen jetzt vielleicht erst mal gegen die anderen damen hier ich weiß nicht wie wir da jetzt groß weiterkommen exorzistin sarvaka fordert dich heraus ich weiß nicht vielleicht müssen wir unser evo die einfach nur aufmuntern gleich mal ein bisschen streicheln oder so mal gucken vielleicht hilft das ja schon so erfahrungspunkte 34 schon krass das geht aber schnell unsere eben erst 33 geworden ich weiß nicht Nee, nee, nee. Wechseln wollen wir nicht. Also gegen Nebulak, Alkolo, ich mein, warum auch? Ja. Wir sind hier gut aufgestellt. Haben noch ausreichend Lebensenergie und ausreichend Kampfpunkte. Oh. Uh, uh, uh. Es hat die Attacke überlebt. Krass. Und wenn es jetzt... Nein. Ach, verdammt. Es ist eingeschlafen. Dann nehmen wir jetzt mal Bisa Knosp. In der Hoffnung, dass es dagegen immun ist, weil es gegen das Schlafpuder immun ist. Aber es ist irgendwie nicht verwirrt, oder? Ach, aber dafür darf es zweimal angreifen? Wie mies. Ja, toll. Jetzt bringt mir natürlich der... Ist ja klar. Jetzt bringt mir der Angriff natürlich auch nichts mehr. Wenn das pennt. Ähm. Nehmen wir Kadabra. Nachtmiedel. So. So. Siehstrahl. Das wird reichen. Ja. Ach, sehr effektiv sogar. Okay. Ähm. Das ist gut. Hatte ich doch richtig in Erinnerung, dass Psycho gegen Psycho schon recht effektiv ist. Ähm. Ich glaube, ich wechsle dann die Reihenfolge mal. Und packe Kadabra an den Anfang, um die restlichen... Hier. Hi. Und die restlichen Kämpfe zu absolvieren. Exorzistin Marika fordert dich heraus. Ach, krass. Sogar beim Werfen wird erkannt, welchen Pokéball man benutzt hat, um das Pokémon zu fangen. Ja, aber da ist jetzt Nibu lag natürlich... Oh, oh, oh. Mit der Initiative deutlich besser aufgestellt. Also einfach früher angreifen kann. Also ist es natürlich ein bisschen mies jetzt. Aber, naja. Ich weiß halt nicht, ob ich es jetzt riskieren soll. Ja, komm, wir kämpfen weiter. Zur Not gehen wir eine Etage oder... Eine Etage? Ich glaube, eine Etage tiefer nochmal. Und heilen uns einfach nochmal. Dann dürfen auch die Effekte alle weg sein. Ja, gut. Sehr schön. Sehr schön gemacht, Kadabra. Wunderbar. 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 Noch ein Psystrahl. Ja, also ich nehme jetzt das Item, was da unten liegt. Guck mal. Guck mich mal um. Und dann gehen wir einfach eine Etage unten runter, oder? Ja, okay. Hier ist nichts mehr. Leber. Was will Eboli? Ja, das hat halt unheimlich viel Angst. Das ist echt schade. Ja. Brauchst nicht traurig sein. Brauchst keine Angst haben. Ich bin da. Wir sind ein gutes Team. Jetzt muss ich hoffen, dass sie es nicht bis... Ja, nicht bis hierhin schaffen. Gut. Ja, wir heilen uns gerade mal nochmal schnell hoch. Oh, war das knapp. Er ist fast durch die Treppe eins gekommen. Ei, ei, ei. Verlass diesen Ort. Aber warum? Ich mag nicht. Na gut, okay, dann. Dann gehen wir eben wieder. Das ist ganz schön gemein, wirklich. Also wir wollen ja hier nur helfen. Wir haben ja nichts... Wir finden ja nichts Böses im Schild. Auch wenn dieses Riesenvieh das leider anders sieht. Schade, schade. Ja, ich gehe jetzt ganz bewusst quasi zu Fuß runter. Und lasse mich nicht von den Viechern rausporten. Ähm. Ja. Ich habe gedacht, vielleicht kommt irgendwie noch was. Nee, auch hier draußen ist nix. Ehrlich? Das ist komisch. Ist das das Fuji? Oh. Oh mein Gott. Hallo Team Rocket. War ja klar, dass ihr wieder dahinter steckt. Da kommen wir auf... Äh, was? Da kommen wir auf Befehl von Giovanni extra nach Lavandia. Und dann ist von diesem alten Knacker Fuji weit und breit keine Spur. Der einzige Ort, den wir noch nicht nachgesehen haben, ist die Spitze des Pokémon-Turms, oder? Genau. Aber auch nur, weil es dieses seltsame Gespenst den Weg versperrt hat. Den Alpen konnten wir zwar nicht finden, aber so wie es aussieht, kommen wir wenigstens nicht mit leeren Händen zum Boss zurück. Schnappen wir uns einfach dieses Tragosso und liefern es im Versteck ab. Glänzende Idee, James. Also, auf uns Rocket Gamer-Paradies in Prismania City. Aber natürlich, mein Kleiner. Deine Mama ist auch in Prismania City. Onkel James und Tante Jessie bringt dich hin. Also komm brav mit. In Ordnung? Äh, Prismania City? Was wollt ihr denn da? Abgemacht. Dann mal nichts wie los. Oh nein, das ist ja schrecklich. Hast du das gerade auch gesehen? Team Rocket hat einfach so das arme, kleine Tragosso mitgeschleift. Offenbar wollen sie nach Prismania City. Wer weiß, was sie mit ihm vorhaben. Am Ende verkaufen sie noch seine Schädelmaske. Äh, joa. Okay, dann ist ja klar, wo wir als Lexis lang müssen. Nicht mehr durch... Oh, doch, du sollst sie wieder fit machen. Äh, nicht mehr durch den Turm. Das war von Beginn an falsch, wie es aussieht. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Also, wahrscheinlich hätte dieses Event gar nicht stattgefunden gerade. Wären wir nicht durch den Turm. Also war es gar nicht... War es vielleicht jetzt nicht so falsch. Ja, das einzig Blöde ist jetzt, dass wir natürlich auf dem Weg nach Prismania City erst mal noch die ganzen Trainer besiegen müssen. Ähm, das wird uns wohl etwas Zeit kosten. Ähm, vielleicht klappt das in diesem Bad. Ich will nicht zu viel versprechen. Ähm, da ich nicht weiß, wie viele das sind. Wir haben jetzt elf Minuten aufgenommen. Aber, naja. Quizfrage. Welches Pokémon ist du gleich süß, rund und kuschelig? Ich tippe mal auf ein, ähm, hier. Hummeloth. Würde ich jetzt sagen. Das wäre blöd. Aber Pipi. Pipi. Das ist mir deutlich lieber. Ach ja, ich habe ja noch Kadabra als Starter. Hm, ich weiß nicht, reicht das? Ich glaube nicht. Wird wahrscheinlich ein Stückchen üb... Ja, genau. Wird ein Stückchen übrig bleiben. Ja, genau. Schönheit Daniela besiegt. Hör auf, es ist eigentlich zu grob zu meinem Pipi. So, Cola haben wir noch ein bisschen bekommen. Ah, super. Oh, da können wir was zerschneiden. Das machen wir doch gerade mal. Das ist wahrscheinlich hier in der Abkürzung, um ein paar Kämpfer zu umgehen. Also langfristig, oder eigentlich wollen wir das ja natürlich nicht, weil wir, ja, ähm, wie heißt es, schon alle Kämpfe machen wollen. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das ist eine gute Sache. X-Kapsel. Äh, ne, Quatsch. Eine Kapsel X-Tempo. Och, eine X-Kapsel-Tempo. Tja. Äh, du scheinst dich mit Pokémon auszukennen, aber wie steht es mit Naturwissenschaften? Äh, Tüftler Dario. Klus, Kadabra. Mach hier mal Psych... Äh, nein. Okay, Teleport wollte ich jetzt gar nicht. Ja, hab ich zu spät reagiert. Hm. Äh, es ist vergiftet. Dann machen wir mal... Wir nehmen mal Eboli jetzt. Okay. Hm. Yes. Okay. Ja. So, wenn ich überlege halt gerade. Also das Kadabra ist da schon relativ praktisch, aber das Ding ist, es wird ja nur zu Simsala, wenn es getauscht wird. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, da eventuell ein anderes Pokémon mit in die Auswahl zu nehmen, um, naja, um entsprechend meinen Pokédex zu vervollständigen. Die Frage ist allerdings, wie sinnvoll ist das, denn, naja, wenn wir nachher noch von, also später, nicht nachher, wenn wir später irgendwann noch von Pokémon Go entsprechend die Pokémon mit transferieren, dann dürfte sich ja im Idealfall auch mein Pokédex wieder weiterfüllen. Oh, Alter, Stufe 35, das ist schon übel. Ähm, das Ebuli ist auch vergiftet. Ach, shit. Aber das brauchen wir jetzt. Ähm, dann dürfte sich das, wie heißt es, weiter, ähm, was wollte ich sagen, dürfte sich weiterfüllen und wir haben mehr Pokémon zur Auswahl. Vielleicht wäre es da schlauer, dann ab diesem... Alter, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist jetzt doof, ne? Ja, verdammt. Ähm, was wollte ich sagen? Ich kann mich nicht konzentrieren. Ähm. Also, ich will dann halt eben nicht unnötig jetzt Pokémon leveln, die ich nachher weder benutzen werde, noch die mir irgendwas bringen, weil ich sie ja schon quasi schon freigeschaltet habe. Oh, K.O. Treffer, ernsthaft? Alter Mann, sie sind ein guter Kämpfer. Ja, und dann gibt es natürlich da noch die Alola-Formen, von denen ich jetzt zwei oder drei schon habe. Die will ich dann natürlich irgendwie auch leveln. Ja. Boah, das bringt echt nichts. Okay, also wir müssen... Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal Evoli wiederbeleben. Okay, Midorina. Sorry, aber du musst herhalten für die Heilung von Evoli. Oh, er hat verfehlt. Krass. Ähm, ja, dann machen wir hier Doppelkick. Ja, ist gut, ey, Verzweifler. Da fügt er sich wenigstens selbst noch Angriff... Äh, oder Schaden zu. Naja, hätte ich gewusst, dass er keine Angriffe mehr hat, dann hätte ich auch irgendwas anderes können jetzt wählen. Egal, machen wir mal Knisterladung. Gut ist's. Ja, Paralyse. Das macht er eh Verzweifler und dann ist's finito. Ciao. Also ich hab mal nachgeschaut. Enthorn entwickelt sich auf Stufe 33 zu Enthoron. Das ist auf jeden Fall... Also Enthoron habe ich, glaube ich, damals auch schon immer in meinem Setup gehabt. Schauen wir mal. Ja, 24 ist es jetzt. Ja, das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Ähm... Ach, nee, da war doch... Haben wir gegen... Nee, gegen die haben wir noch nicht gekämpft. Hier gibt es jede Menge Pokémon zu fangen. Stör mich gefälligst nicht. Jetzt, äh... Ist jetzt natürlich fraglich, ob das eine gute Idee war, direkt gegen die Ast-Trainerin Karin hier zu kämpfen. Äh, die auch noch gleich zwei Pokémon dabei hat. Äh, wovon eines ein Kadabra ist. Ähm... Kadabra gegen Kadabra. Mein Kadabra ist dummerweise aber vergiftet. Hm... Naja, wir versuchen's mal mit dem Systrahl. Oh, okay. Sie fängt mit Blitz an. Sinkt die Genauigkeit. Naja, vielleicht treffen wir trotzdem. Ja, das sieht gut aus. Und es ist nicht sehr effektiv. Okay, das ist gut zu wissen, dass das in dem Fall nicht viel bringt. Was kann denn der Nachtnebel? Ähm... Schaden gemäß ist... Ja, machen wir es so. Ihr Systrahl dürfte dann auch nicht viel effektiver sein. Ja, der Nachtnebel, der macht dann natürlich auch mehr Schaden. Ist doch klar. So, jetzt weiß ich nur nicht, wenn sie zuerst angreift, ist mein Kadabra hin. Ähm... Ja, okay. Ist es auch. Gut. Also nicht gut, aber... Geht in Ordnung. Dann machen wir jetzt mit Evoli Biss und dann dürfte eigentlich auch das Kadabra hinüber sein. Mal schauen. Versuchen wir es mit dem Biss Oh, das macht nicht viel aus Über... Oh shit Das ist sehr effektiv Das kriegt aber auch Schaden Selbst Ich müsste jetzt mal gucken Ob dieser Knosp dagegen Besser gewappnet ist Auf jeden Fall schon mal verfehlt Wir versuchen jetzt mal das Schlafbruder Er hat verfehlt, das ist echt doof Oh shit Ich probiere es nochmal Ja, das hat geklappt Yes So, dann versuchen wir den Rankenpiep Ach shit Ja, das bringt dann natürlich nicht viel Wenn der direkt beim nächsten Zug wieder aufwacht Dann machen wir lieber das Giftbruder Gut, war klar, dass er jetzt Direkt Ja Ich muss jetzt gucken Ob es mit dem Anton Soweit funktioniert Also Fakt ist, wir müssen jetzt erstmal eine Heilung machen Da nehmen wir Da nehmen wir Eboli Die anderen sind ja alle besiegt Ich weiß nicht, ob das Anton das überhaupt... Nee Wollte gerade sagen Das überhaupt überlebt Der Rückstoß und der Rückstoß und das Gift in Kombination Das ist dann echt schon auch für das Maschhock eine Herausforderung Ähm, wir könnten jetzt noch versuchen mit dem Fiss das zu machen Dann muss aber Eboli auch den nächsten Hit aushalten Ja, okay Ist jetzt ein Risiko Nee, gut Es hat trotzdem geklappt Sehr gut Ja, geil Fünf Hyperbälle Das Ist eine gute Sache Äh, so Jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal nochmal zurück ins Ist da hinten noch irgendwas? Nee Erstmal nochmal ins Poké Center gehen Oh, diese Musik dann auch Schlimm Ähm Müssen wir uns jetzt auf jeden Fall heilen lassen Hm Ähm, ne, doch. Beutel war schon richtig. Ich mag jetzt nämlich mal gucken. Auf der Karte. Wie weit wir es noch haben. Hm. Da, Höhle. Wo ist das Ende nochmal gleich? Da ist der Fels-Tunnel. Mondberg. Hä? War denn das andere Höhle... Das andere Ende von der Ligta-Höhle. Noch gleich. War das nicht hier irgendwo? Da so? Orania City, ja. Da müsste es doch gewesen sein. Irgendwie. Hm. Und da oben ist Azuria City. Das heißt, wenn wir von Saffronia City direkt nach oben gehen, könnten wir uns das Glomanda sowieso als nächstes schon schnappen. Ähm, ähm, ja. Aber da der letzte Part schon so lange war und ich jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, auf dem Level bleiben will, dass die Parts so ewig lang sind, mache ich an der Stelle doch ganz gern mal eine Pause. Äh, wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Let's Go. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ähm, ja. Wir sehen uns. Asyn, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.